Ich bin Jess, komme aus Berlin und vorher habe ich Game Design studiert, aber ohne Abschluss. Wie bin ich zur Web-Entwicklung gekommen? Fangen wir so an. Meine Mutter hat mich zum Volkshochschulkurs mitgenommen, weil sie unbedingt die Webseite von einem Tierheim aufsetzen wollte. Und ja, habe ich einen Wochenendkurs Web-Entwicklung gemacht und es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mir einen Kurs gesucht, der dazu passt. Oh, was hat mir nicht gefallen? Also mir hat wirklich alles eigentlich gefallen, vor allem die Lehre. Wir hatten viel Spaß mit Marzi und Achmed und auch mit Franzi und Steffen. Meine geheime Superkraft ist, dass Wissenschaftlergehen, verpeilte Wissenschaftlergehen. Ich bin zwar sehr verpeilt, aber ich verstehe Logik ganz gut. Werbt euch bei SuperCode. Gehe? Hahaha I nicht.